Oh, das war ja der anstrengende Fluch. Oh ja, da haben du recht. Was machen wir jetzt? Wir nach Hause gehen. Endlich wir zu Hause. Ja, ich hab so einen Hunger. Lass uns dünner essen gehen. Hey, wie geht's dir? Halt's Maul, du Kanackenschwein. Wieso? Wir haben ja nichts getan. Ich sag halt's Maul. Hallo, zwei Döner bitte. Komplett? Ohne Tomaten. Die war da aber auch blöd, ey. Was die gegen uns haben? Keine Ahnung. Na gut, lass es dir schmecken. Ein Gott, unsere Wohnung brennt. Haha, ihr Opfer. Wer hat hier mal bei euch geblieben? So, jetzt reicht's. Ich rufe die Polizei. Wenn ihr euch entschuldigt, geben wir euch eine zweite Chance und kaufen euch frei. Hooray! 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 Hooray!